Die AHV und Steuervorlage bringt allen Schweizerinnen und Schweizer Wohlstand und Gerechtigkeit. Sie hat zwei sehr, sehr grosse Pluspunkte für uns Schweizerinnen und Schweizer. Einerseits schaffen wir Rechtssicherheit für die vielen internationalen Unternehmen, die in der Schweiz bleiben wollen. Andererseits sichern es die AHV für heute und morgen. Und darum bitte ich Sie um ein Jahr zur AHV und Steuervorlage am 19. Mai. Untertitelung des ZDF, 2020